was haben wir hier alles was ich schon habe er macht ja nichts gut wir gehen noch mal schnell kaufen uns ein paar steinchen und das schöne ist mein bruder ist auch mit von der partie erst jetzt gerade irgendwas machen aber kommt denn auch zeit nach wenn er fertig ist kommt dann auch wieder wieder dabei sehr schön so der man auf jeden fall machen wir level 72 fertig ich werde mal hier ein paar räuchen und zu entnehmen weil es ja ganz wichtig sonst sehen wir sehr alt aus und ja was denke ich mal kriegen wir alles hin und dann kommt mein bruder noch und dann kann er uns schön waffen und das wird schön ich hoffe mal dass hier keiner ist weil von war nämlich keine und ich denke mal hallo da ist er sogar hallo tobias hallo ja wie sieht es denn aus bei dir bist du denn soweit warte mal ich muss mir hier auch noch mal die effekte ausmachen weil das ziemlich laut ist mit den krit effekten ach so dann muss ich mal gucken was war ob ich was empfehlen bekommen hat das wäre auch ja auch mal schön hast du eigentlich jemals irgendwas perfekte in der schlägt dass es eigentlich nicht der rede wert ist so natürlich habe ich auch keinen platz ist natürlich schön helfen kurz das und das weg immer noch nicht okay herzt das sehr schön natürlich habe ich nichts was ich jetzt ne egal ist ja üblich so inventar ist natürlich wieder knacken voll was macht nichts machen weiter und dann ist gut so also ich brauche eigentlich nur von dir tobias eigentlich nur ein buff da kannst du dein ding machen oder kannst auch mit kloppen oder wie kannst auch polen wie du möchtest na im winter ist voll das ist doch schön so dann haben wir mal die knöchis weg und dann geht es gleich weiter so also ich habe eben nichts verstanden weil ich muss jetzt erst mal die musik leiser machen weil die so laut ich hier oder nichts okay aber du musst verstehst mich jetzt ne ja jetzt weil jetzt gerade keine musik ist jetzt verstehe ich hier aber okay ich meine also wenn du jetzt zum beispiel was denn hier los habe ich irgendwie also du kannst im prinzip kannst also von dir brauche ich eigentlich nur ein buff ne und ansonsten hast du dir eigentlich die hose gekauft dazu kam ich jetzt muss kann es ja machen und ich habe 96 prozent übrigens 96 ich habe 4200 499 punkte oha ja durch mir halt oder was ne exe wie war das was jetzt nehmen sie blicks ja wenn alle ersten charakter die ist auch so ja voll eingebildet da ganz schön eingebildet seich naja ja wenn ich nur noch sechs gemme das ist so schlecht aber du hast im lager noch viel gehabt oder nicht ja das habe ich ausgegeben alles läuft wie war es das denn weiß ich aber auch nicht mann 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 naja viel guten zweck ne musst du halt so sehen oder habe ich noch auf dem anderen charakter da das bruder muss groß oder wieder hier das kann sein level ab jay sehr schön und danke schön aber vielleicht habe ja glück und dann ach so ich muss mich auch noch bei reisen für das liebe nette kommentar also nachricht bedanken vielen dank an dieser stelle jetzt die frage ist sieht man ja nicht leider welche folge er meinte was denn los nur müll im winter nur müll ne teilweise kannst du eigentlich alles verkaufen jetzt zum beispiel was will ich mit diesem gegengift hier 1 weg damit weg schmutz raus braucht kein auch keine obwohl t2 ja nee das kannst sprint rollen auf jeden fall behalten was ist denn eine sojasauce hast du sowas ja keine ahnung ich hätte hier gedacht für eine quest aber oder ich glaube das war für sogar für eine quest aber das ist total blödsinn gewesen halte jetzt habe ich ein paar punkte und ich weiß nicht wie man karakter bekommt verstehe ich nicht also du musst halt schnell drücken und und dann geht los ja hab ich gemacht nichts bekommen schade naja dann ist das ohne fluchabwehr was ist also weg 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 stehe ich was ich damit will ich weiß nicht ja der charakter ist jetzt level 110 ne das ist gut die zammlung hat er nur 999 hat er nur 99 karten hab ich noch brauchst du noch oder wie oder hast du erst hab ich so gut hab ich erst ja mein gott an einigen karten kommst du eh nicht mehr ran das ist richtig das ist richtig helga schon wieder helga? ja die quest kann ich eh nicht mehr rein bis welches level 105 ne mhm du meinst dieses helga hc ne hardcom meinst du ne ne helga schon wieder heißt die quest marionette helga äh ne der kommst du noch rein das ist hier ähm 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 sumpf sumpf ja bei den schneckis ich weiß gar nicht ich hab das mal gemacht war ganz witzig aber boah nee eigentlich so der wäre natürlich geil aber das kriegst nicht solo hin aber das 110er set muss man ja ehrlich sagen sie ist richtig galose ja aber hat die miese status werde gehabt ne ja das ist egal ne ich könnte noch einen charakter erstellen also kreuzi hat man noch nie gemacht ne ne also kreuzi hab ich auch überleg mhm so nicht mal auf dem privaten server ja also ich hab überlegt mal eins zu machen aber ohne kava ist halt kacke eigentlich ne weil kava ist halt so geil eigentlich an sich ja aber hast du denn eins ne hab ich leider nicht das ist das problem hier ist wieder was los im obergeil mhm ich hab schon nur 8% aber jetzt hab jetzt hab jetzt hab ich vergessen in die Hose das Geld rein zu legen und wenn ich mir die Hose kaufe ha da hast du dann sehr komplett ne und dann kannst du besser buffen so war das ja ne ja 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 35 gold äh aus also mach mal zurück ach so das habe ich noch nicht gar nicht erzählt und zwar was ich überlegt hatte ich konnte ja eigentlich mit meinem bruder ins zu den sowies gehen problem ist ich weiß nicht ob da frei ist weil so wie es ist halt so eigentlich ab der level 70 kann man die solo schaffen ähm ich habe ein geabtes set und ne plus zwölfer waffe an sich könnte ich das schaffen damit plus voll cs und so das geht eigentlich normalerweise macht man das lässt man das nicht machen klingt blöd aber wirst schon mal gucken ob ich das nochmal mache ich hab grad erzählt bist du da ja ich hab grad erzählt es gibt doch die Subjekte ne kennst du doch ne ja äh äh da kann man eigentlich ab Level 70 richtig schnell leveln mit einem XP booster und so dann kannst du richtig schnell leveln ja das Problem ist ähm an sich solo glaube ich schafft man das auch aber ja weil viele bieten das als Service an und äh nehmen dementsprechend auch Geld und dann ist das heißt meistens auch immer besetzt ja du ja ich habe überlegt eigentlich könnte man das mal machen hätte ich mal gerne gesehen ob man das ob ich das wirklich schaffe alleine ja muss versuchen ja oder mit dir halt ne aber komm erstmal ran buff mich erstmal hier und dann ja warte mal ich will mir erstmal die Hose kaufen ja ja gut stimmt stimmt sorry was ist das hier man das ist so voll hier obwohl mach doch ja gut äh wenn du alt und z drückst dann äh ja aber dann könnte ich den Shop nicht mehr ja der Helm ist ja schmutz ne ja aber dann hast du halt einen Helm ne ja ich hab das so einen von NPC ja gut so wo ist jetzt die Hose hier ich muss sagen ähm die Rüstungs äh das Aussehen von Rüstung vom Joker und Krieger sind richtig gut aus ne ja ja oh ich glaube ich hab sogar ein richtiges Male Male Clown hab ich sogar das kann sein ja ich glaube ja hast du hast du hast du hast Rolim ist Joker und so das ist nicht so viel wert ne wie bitte das ist leider nicht mehr ganz so viel wert ne Joker und so nö jetzt hab ich nur 5,5 Gem eieieieiei das ist ja aber ehrlich du brauchst mal hier noch Geld geben ne was ist das? na da ich mir das eine Set gekauft hab da hast du gesagt ich geb dir noch Geld ich hab sogar noch 60 jährige du seh ich grad brauch ich ja gar nicht na siehs also auf Level 110er Schar und 60 jährige also ist ja ein bisschen schwach ne oder eine ist sogar gut naja obwohl geht gib mir die sonst nein ja wenn du mich brauchst na die scheiße hab ich dir auch mal gekauft Kollege was ist los na ich hab dir auch mal Ringe gekauft und so n gedöns ja na jo da verweise ich aber gar nichts mehr ich aber so warte mal was wollte ich denn jetzt machen brauch doch Platz so warte mal jetzt lege ich denn diese Hose rein ja der ist gar nicht so scheiße muss ich sagen die Raupenkeule Level 105 5 54 Stärke 22 Gäste und 75 aus aber ich hab doch auch eine ich hab dir die doch verlinkt mhm weiß ich gar nicht mehr doch vorn und ja ich hab dir noch die andere 75er Hose geverlingt die hatte 30 Gäste und 31 Ausgabe glaube ich aber ist das Problem mit der ganzen Sache ist ne falsches Set Lasten ne mhm hast gekauft? mhm dann komm mal ran lad mir mal ne Gruppe und dann los ja Spann immer geht gleich los Trümpf 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 hast du die Quest 3 schon gemacht? ne was musst du doch machen kann ich dir noch rein? mhm ich glaub bis 83 oder so kannst du da rein dann komm was du noch machen jo was warte mal ab 74 questet man ne? ne oder was hast du denn gemacht alles? erzähl mal nochmal ab 74 doch da hab ich gequestet ja mhm gut dann mach ich das ab 74 und ab 75 hast du Dings gemacht ne? ne auch gequestet auch gequestet? ja oh Gott ja ab 74 hab ich gequestet ja und dann ab 76 ab 76 wo der war nochmal? das muss ich überlegen jetzt hier weiss ich jetzt gar nicht mehr ja irgendwie kriegt man das schon raus ich bin fab 77 bis 79 machst ja Dings äh machst ja die Exe Grappion!